Komm mal, zwei! What the hell? Ja moin, Dr. Badbit hier. Heute gibt's mal wieder ein Video zu Naraka. Naraka hat nämlich ein Update bekommen. Es gibt jetzt einen neuen Waffentyp, Doppelkling. Das Ganze gibt's jetzt auch auf der Xbox und kommt auch ja irgendwann auf der PS5 raus. Ich hab zu dem Spiel schon einen ausführlichen Einsteiger-Guide gemacht, wenn ihr jetzt gerade zum ersten Mal reinguckt und die ganzen Moves, Techniken und so, die verschiedenen Dinge halt lernen wollt, wie dieser coole Grappling-Hook funktioniert, könnt ihr jetzt hier irgendwo draufklicken und am Ende des Videos ist es auch nochmal verlinkt. Da erklär ich euch, ja, alle Grundlagen zum Spiel. Naraka ist auch ab dem 23. Juni bis zum 7. Juli für 30% off im Sale auf Steam. Also warum nicht mal reingucken? Unten gibt es einen Link in der Videobeschreibung und unter dem Video, wo ihr draufklicken könnt. Da kommt ihr auf die Store-Page, könnt euch das mal anschauen. Und wie gesagt, die haben jetzt eine Partnerschaft mit Microsoft und das Ganze gibt es jetzt auch seit dem 23. auf der Xbox. Da ist also im Moment richtig was los. Wenn ihr mal reinschauen wollt, wie gesagt, klickt unten auf den Link. Da könnt ihr euch das Spiel runterladen und ihr unterstützt auch meinen Kanal ein bisschen. Vielen Dank an NetEase Games für das Sponsoring dieses Videos und vielen Dank an euch für eure ganze Unterstützung. Sonst wäre es gar nicht möglich, dass ich hier solche coolen Sponsorings machen könnte. Und wie schon im letzten Video gesagt, ganz ab vom Sponsoring, Naraka ist mein Lieblings-Battle-Royal. Deswegen habe ich mich auch sehr über das Sponsoring-Angebot gefreut und zeige euch heute ein bisschen gutes Gameplay. Also viel Spaß. So, da sind wir. Na, Naraka. Jetzt auch auf Xbox. Und Doppelklicken gibt es auch noch. Ein paar neue Helden. Aber ich spiele auf PC und ich hoffe, ich darf ein paar Xbox-Spieler, die noch neu sind und kann die ein bisschen nass machen. Ich habe ja schon in meinem Guide darüber geredet, dass man hier so ziemlich krass eigentlich sein Aussehen anpassen kann. Und, äh, wenn ihr wollt, könnt ihr das auch ganz schön übertreiben. Das ist die maximale Ohrläppchenlänge. Was habe ich getan? Das ist natürlich der maximale Disrespect, wenn du von dem hier vermöbelt wirst, ne? Mal gucken, ob ich meine eigenen Tipps noch umsetzen kann. Strength, Consistency and Fun. At least one of the three. Ja, vor allem Fun. Okay, ich bin bereit. Ich bin so bereit. Bruce Lee ist auch hier. Was hat der denn da? Ist das ein... Ein Vogel? Ne, was? Das ist ein... Ein Waldtierchen. Okay, auf geht's. Da sind auch hier... Ah, ja, 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 schnell. Schnell, schnell, schnell. Hier, Speedlooting ist immer noch das Wichtigste. Da ist so eine Doppelklinge. Ja, klar nehmen wir die. Geili. So, ich bin mal gespannt hier. Ich muss mal ein Quest annehmen. Ja. Weil von nix kommt nix. Ihr wisst es. Ihr wisst es. Er hat auch die besten Sprüche hier. Der Kollege. So, wo ist der Johnny? Irgendwo hier. Wo ist er? Johnny? Johnny, wo bist du? Alter, der hat schon ne goldene Rüstung. Ja, da mischen wir uns doch nur mal aus der Distanz ein hier. Ein paar Momenten später. Ja! Goldene Rüstung bringt hier gar nix, Freundchen! Jawoll! Nice! Ah! Hab ich doch ganz vergessen, wie viel Spaß das hier macht. Ja, Greifhaken brauchen wir. Ah! Erstmal müssen wir hier weg. Huh! Okay, vier. Wir wollen unsere fette Rüstung aufladen. Und nicht vergessen zu dodgen. Äh, was? Warum attackierst du mich? Du hast doch gar kein Leben mehr, Freundchen! Wo ist er hin? Ja, das war jetzt einfach easy. Also wirklich. Ich sollte mehr Spulen sammeln. Das ist hier Priorität Nummer eins immer, diese Spulen. Hier ist ja der... Der Johnny. Ja. Greifhaken, 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 Greifhaken. Rüstungspulver, Vita. Äh, Rüstungspulver, Greifhaken. Äh. What? Ja. Upgrade, 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 upgrade. Ey, wir sind hier. Oh! Du greifst doch niemand an mit einer... ...goldenen Rüstung, Kumpel! Wieso greifst du jemanden an mit einer goldenen Rüstung? Alter, direkt der erste Runde Triple Kill oder was? Was ist denn hier los? Oh, da haben wir noch eine Scroll. Machen wir direkt mal die Scroll hier. Schatzsuche. Ja! Wir tun jetzt mal so, als ob wir den nicht gesehen hätten. Gehen wir jetzt hier hin. Und dann laden wir unseren Angriff schon mal auf. Der kommt nämlich jetzt hier hoch. Shit! Oh, der hat mich gestunnt. Ich kann nichts tun. Woohoo! Ohoho, das war aber knapp. Ich hoffe, die kann mich jetzt nicht mehr chasen hier. Okay, 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 okay. Ich verstecke mich hier. Ah! Ja, das habe ich verdient. Das war auch hier der Kill Leader. Ist ja einer mit richtig Ahnung. Ja, der hat Spaß jetzt an meiner Rüstung. Oh, der hat die Doppelklingel in Lila. Ja, bitte. Bitte hier, der unaufgelevelte Lappen macht den jetzt platt. Das ist ja richtig peinlich für mich. Das ist ja jetzt richtig peinlich. Wie der Typ mit der... Oh, nee, oder? Ja, so kann es gehen, Leute. Okay, noch eine Runde. Ist ja jetzt so richtig so... Da hat man ja richtig Bock noch mal. Dammit! Da hoppeln sie rum. Mit ihren... Mit ihren... Was? Pinken Afros? Was ist denn bei dir los? Guck mal da. Ah! Legendaries! Yes, 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 yes! Schnell, 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 bevor es einer holt. Geil! Aber nur... Nur so eine... Schäbige Doppelklinge hier. Jetzt kommt noch eine... Noch eine blaue Rüstung. Oh ja, noch eins! Was ist denn hier los? Ja! So, wo ist unser Kopfgeld da drunter? Den holen wir uns jetzt. Komm, 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 go. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Okay, Speer. Kommt rein. Greifhaken. Na, wo ist er? Komm, hier, Hild. Free Peking. Schön Peking. Peking-Ente. Hoho! Oh Gott, der ist ja heute wieder richtig... Richtig... Auf Zack hier. Komm mal, zwei! What the hell? Einfach mal beide durch... Durchbohrt hier mit dem... Damn it! What? Schnell, schnell, schnell. So, das. Das, 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 das. Maximum. Nice. Pulver. Greifhaken. Yes. Ich höre schon einen. Ich höre wen. Ich höre wen. Ja. Jetzt mal die Doppelklingen. Ja, den Block abgepasst. Ausweichen. Ah, okay, das war easy. Ah, Doppelklingen. Jawohl! Quattro-Kill. Läuft. Oh, noch einer! Oh, oh. Boah, die Doppelklinge machte ja direkt richtig nass, Alter. Dieser voll aufgeladene Move ist ja richtig übel. Ist noch einer? Ja, jetzt müssen wir abhauen. Wir müssen jetzt erstmal auf, auf, aufbauschen wieder unser Zeug. Hier rein. Da, hoffentlich sieht er uns da nicht. So. Ich sehe, oh, das Gesicht, ne? Steht er hier ganz entspannt, hat mich nicht gesehen. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah, da ist er. Ah, da ist er. Nice. Das war ein guter Move. Das war ein Hammer-Move. Pass auf. Du kommst nicht weg. Ultimoove. Und Feuerball. Jawohl. Feuerball, Junge. Erst die dritte Runde und jetzt läuft er es hier schon richtig. Ich gehe jetzt nochmal zu dem Händler hier. Oh, was habe ich denn Spaß hier. Okay, regulieren. Reparieren. Wir stehen hier direkt in dem Busch drin. Da sieht uns bestimmt keiner. Also richtig, quasi unsichtbar. Ah, die hat mich nicht gesehen. Ah. Ah, ich habe keine Greifhaken mehr. Ah, jetzt wollte ich sie gerade blocken. Ah, damn it. Aber das war eine gute Runde. Ah, ich habe direkt noch Lust, noch eine zu spielen. Ehrlich gesagt, hätte ich das hier auch besser machen können, weil die hat die ganze Zeit eigentlich die aufgeladenen Moves gespammt. Die hätte ich auch voll entwaffnen können. Hm, da bin ich jetzt relativ alleine hier. Das ist ganz gut. Aber die werden hier direkt rüberziehen. Sehe ich schon. Killanführer. Das sind so viele Xbox-Spieler hier. Das ist ja verrückt. Eine Rüstung ist wichtiger als Waffe, glaube ich. Ohne Rüstung steht man halt echt blöd hier. Blöd da. Man braucht auf jeden Fall ein bisschen, äh... Ein bisschen Backup. Ja, die kommen gleich hierher. Ich sehe das schon. Immer noch keine Rüstung. Wird das auch nix mit dem Nachbarn. Da ist ein Legendary. Come on. Rüstung. Okay. Epic Nunchucks. Geiler Speer. Nunchucks habe ich aber... ...ein eigentlich noch nie gespielt. Das ist wahrscheinlich eher schlecht so. Da. Da. Okay, so. Das ist schon mal ein bisschen besser. Also, ich höre schon einen. Oh, oh. Großes Battle. Mischen wir uns mal da ein. Perfekter Zeitpunkt, um Feuerball da reinzuwerfen. Oh, hier ein bisschen Opportunismus hier. Yes! Okay, das haben wir jetzt auch korrekt gemacht hier. Dann wollen wir doch mal lieber ein Großschwert haben und das Ding reparieren wir jetzt schnell noch. Da ist er. Jawohl! Okay, Triple Kill. Rüstung direkt reparieren. Ich höre schon wieder an. Ja. Wo ist er? Da. Ja. Das macht nix. Das macht nix. Jawohl. Was sind unsere Gefühle, Freund? Episch. Episch. Es wurde echt hier jede Runde besser, ne? Also, zwei Dinge. Ich hab gemerkt, es ist auch nach längerer Pause ein bisschen wie Fahrradfahren. Ich war hier sofort wieder drin. Und es macht auch direkt wieder einen Haufen Spaß. Aber ich hab auch gemerkt, dass halt auch, selbst wenn man weiß, was man eigentlich, was man eigentlich machen soll. Selbst wenn man eigentlich weiß, was man machen möchte, machen will, hat man hier das Problem, dass da schon wieder einer kommt. Go. Ja, das kann ich auch, Freundchen. Ja, den roten Angriff ab. Ah, siehst du ja, es ist halt im Eifer des Gefechts echt nicht einfach, sich hier an die ganzen Sachen zu halten. Aber es macht direkt wieder mega Spaß. Ich weiß gar nicht, warum ich das so lange nicht mehr gespielt habe. Tja, das war so ein paar Runden Naraka. Ein bisschen realistisches Gameplay. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß dabei, wie ich beim Aufnehmen. Und wenn ihr wollt, zeige ich auch gerne mal ab vom Sponsoring ein bisschen mehr zu Naraka. Ich kann auch noch einen fortgeschrittenen Guide machen, wenn ich mich selber mal wieder ein bisschen mehr eingespielt habe. Wie schon gesagt, selbst wenn man weiß, was man machen will, im Eifer des Gefechts, das muss man einfach ein bisschen üben, vergisst man halt die ganzen tollen Lektionen, die man sich vorher so überlegt hat. Trotz allem macht eigentlich fast jede Runde Spaß. Ich habe zwar ein Sponsoring, dieses Video zu machen, aber nicht dafür zu sagen, dass Naraka mir echt viel Spaß macht. Also, ihr habt eine klare Empfehlung von mir, schaut gerne mal rein. Unten, wie gesagt, gibt es nochmal den Link. Damit unterstützt er mich auch noch gleichzeitig. Und vielen Dank in jedem Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, auch einen Daumen nach oben da lassen und diese ganzen YouTube-Sachen machen. Das hilft mir dabei, dass die Videos von mehr Leuten gesehen werden. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video.